Eine Folge nur, oder? Ja, würde ich auch sagen. Okay. Kalter Kaffee, oder? Guten Morgen. Guten Morgen. Es sieht so aus, als würde im Dorf etwas passieren. Ach so? Ich weiß schon was. Ja, Inselfest. Ach nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, du. Doch, schon wieder. Ich will ja nicht. Schauen wir mal, was können wir noch ernten. Zwiebel. Zwiebel, ich geh jetzt aber erstmal wieder zu den Mumus. Ja, ich zwiebel mir dabei einen. Ja, mach das mal. So. Uh, Kuhquacke. Ja, Kuhpup. So. Kommt da, du gehörst mal deine geilen Euter. Die sind auch noch. Sehr schön. Gut, die Ei habe ich jetzt auch gekriegt. Ich muss hier, muss ich nur noch die, 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 die Hühnerfutter da reinschmeißen. Geh mal her, das Ding. Ernte, Dankfest. Unsere letzte Ernte. Ernte? Ja, ich geh stark davon aus, dass das Zeug jetzt noch nicht mehr reif wird. Das ist immerhin der neunerzwanzigste. Ja, das denke ich auch, ja. Ja. Okay, morgen werden wahrscheinlich die Oberschienen noch reif sein. Vielleicht auch, sind die Unterginen dann auch fertig? Die Unterschienen? Ja, die Unterschienen. Oberschienen, Unterschienen. Vielleicht. Zwiebelsamen. So, was haben wir denn noch im Inventar? Den Scheiß für die Farm-Fan. Das ist sehr gut. Dann müssten jetzt die Bienen, sind glaube ich noch nicht so reif. Ich bin eine Biene. Ich bin eine Biene. Ein Tag noch. Okay. Das ist auch nicht reif. Ui. Okay, die Felder sind soweit bewässert, aber nur die, wo noch was angepflanzt ist. Genau, sehr gut. Mais, Mais, Mais. Rein da, die Eichel. Okay. Ach ja, hau doch ab hier, Mensch. Rein da, die Eichel. Alles klar. Ja, woran hast du das wieder gedacht? Ja, genau. Und das, was du gerade gesagt hast. Rein da, die Eichel. Okay, ich baue jetzt den Scheiß für Farm-Fan schnell fertig. Du rede ich von Scheiß? Ich wollte gerade den Kuhdrucken wegbringen. Wunderbar. Ach so, ich kann es ja gar nicht fertig machen. Ich muss ja dieses blöde Bett noch bauen. Oh Gott. Die Badewanne hast du schon? Ja, natürlich. Da habe ich alles bestellt. Ich hoffe auf Wisch. Farmplakat. Jetzt mache ich erstmal das Farmplakat. Sechsmal weißes Blütenblatt. Weißes Blütenblatt. Weißes, rotes, da habe ich gelbes, weißes und grünes noch. Okay. Und das auf Montieren. Montieren wir hier. Oh Gott. Und was noch? Hä? Hä? Was ist los? Ach, rot fehlt noch. Habe ich vergessen. Du brauchst doch Weiß. Ach nee, brauchst du doch für mehrere Farben oder was? In den Blütenblättern? Nee. Alter. Ach so, die weißen habe ich nicht mehr viel. Die gehen aber ganz schön schnell leer. Oder wir haben die so selten. Das kann es natürlich auch sein. So. Hm. Nom nom. So, dann habe ich jetzt dieses blöde Plakat. Was müsste ich jetzt noch craften? Dieses dumme Bett. Kraft, ne? Nee. Ein Schmetterfink. Warte mal. Bett. Traktorbett. Ein Traktorbett. Okay. Okay, ich brauche... Psychotraktor. Edles Bauholz und vier Nägel. Aufschnitzen. Edles Bauholz. Also das ist die Frau, es vergeht nicht wert, dass sie ein edles Bauholz kriegt. Kannst du mal losziehen und mir zweimal Decke und zweimal Kissen holen? Ähm, gleich. Ich verkaufe noch kurz ein bisschen Insekte. So, Decke und Kissen. Das kriegt man jetzt wahrscheinlich bei live. Genau, zweimal Decke, zweimal Kissen. Mhm. Dankeschön. Ich mache Lucky Lucky. So, dann packe ich jetzt das mal wieder weg. Dann können wir nämlich endlich Farmfern abschließen. Äh, das wäre sehr gut. Da sind zwei Decken. Eins. Zwei waren es, ja? Zwei Decken und zwei Kissen. Korrekt. Okay, und zwei Kissen. So, das hier. Den Rahmen. Ja, ja, wir sind mit dem Radl da. Bist du zu Hause, oder bist du auf der Baustelle? Nein, ich bin zu Hause in der Werkstatt. Auch jetzt in der Werkstatt in der Kirchenschlacht? Nee, eigentlich nicht, aber kannst du da hinpacken auf montieren. Achso. Monti, monti, da ist monti. Platschieren. Perfekt. Okay, warte mal. Montieren, Doppelbettrahmen, Lack, Decke, Kissen. Doppelbettbasis. Okay, und jetzt, äh, das hier, ähm, Glütenblatt ist rot und grün. Und, äh, oh Gott, grün ist wieder hier unten. Äh. So. Was ist das für ein hässliches Ding? Ja, ein Traktorbett, äh, ja toll. Ja, sie heißt ja nicht umsonst, Farmfan. Ja, super. Ach ja, by the way, ich finde diese Kinderbetten, die aus dem Auto sind, irgendwie auch total schrecklich. Ja, nicht nur du. Äh, nicht nur du. Okay, dann bringe ich jetzt mal den Scheiß zu Farmfan. Oh, wir müssen, glaube ich, auch die, ah ne, du hast die Oberschenen gegossen. Ja, ja, ich hab die, die Pflanzen alle so weit gegossen, die gegossen werden wollen. Ja, hast du fein gemacht. Hab ich echt drauf gepinkelt. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut, das wird die Pflanzen freuen. So, dann hat jetzt Farmfan, kriegt jetzt ihr eigenes Zuhause. Ähm, hat sie dann alles, oder fehlt da jetzt noch was? Guck nochmal. Genau, der Kleiderschrank fehlt noch. Plakad und die Badewanne, aktuell zumindest. Okay, Kleiderschrank ist drin. Bad ist jetzt auch drin. Noch die Wanne. Okay, das wird jetzt ein bisschen kritisch, weil... Ah, ne, im Mondlicht. Was denn, was nicht passt? Wegen der Tür, ja. Uh, das wird aber ein bisschen kritisch. Komm nicht mehr raus. Das ist aber schlecht, also theoretisch ist jetzt eben alles da, aber... Kommen Sie wirklich nicht mehr raus? Ne, ich komm nicht mehr raus. Jo. Ich weiß nicht mehr raus, komm, oder? Weil das Scheißhaus im Weg ist. Nein. Ne, immer noch nicht. Alter, ich muss mal abreichen, hier. Hat sie einen offenen Bart. Mir egal. Okay. Schauen wir mal. Zwei Tür, eine zu wenig. Oh Gott. Ich krieg jetzt dann gleich die Motten, hey. Die sehe ich. Ähm. Ich will da gar nicht reingehen. Dann kommst du ja nie wieder raus, aber theoretisch müssen wir jetzt wieder vollständig sein, ne? Ja, dann können wir jetzt zu ihr gehen und uns abgeben. Ja, wunderbar. Wird auch echt Zeit. Wo sind die jetzt? Wo ich... Die kommt schon. Oh Gott. Die kommt schon auf uns zu. Hm. Dem kann ich denn heute auch für den Sack gehen? Ach, die zwei. Warum für ein schnuckeliges kleines Häuschen? Hat sie das verdient? Das ist die andere Frage. Hm. Dass du das überhaupt noch in Frage stellst, ist eher die Frage. Hat sie stehen geblieben, die blöde Nuss? Oh. Dann liest du wahrscheinlich wieder ein Buch mittelst auf dem Weg. Ja, genau. Die kann doch gar nicht liegen. Hey, Chester, anscheinend hast du ein paar interessante Taten vollbracht. Hier ist ein Gurkensamen. Oh. Großartig, Chester. Sehr schön. Jetzt muss ich nachts nicht mehr im Gasthaus bleiben, wo ich immer mit einem Auge offen schlafen musste. Das ist eine kleine Belohnung für deine ausgezeichnete Arbeit. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich will auch heute noch. Ich will auch. Ich will auch. Gib mir jetzt. Komm, Farmpern. Auch so ist weise, Walter. Ein Plüschi. Ein Hühnerplüschi. Ja. Ich habe ein Kuscheltier. Yay. Guck mal. Nicht nur du. Und? Und? Sie geht nach Hause. Endlich. Farmpern hat ein Zuhause. Oh. Oh. Rentiergeweih. Kriegste Blaupause. Nahtner Reis mit Ei. Schokolimetteneis am Stiel. Cremefarbener Steinblock. Cremefarbener Ziegelblock. Cremefarbener Reis mit Ei. Ich habe die Steinsplitter nicht dabei, weil ich doof bin. Das ist gut. Ich habe natürlich auch keine dabei. Was will denn Presto von uns? Was will? Ja, gegrüßt. Ich bin Presto. Ich verkaufe viele feine Waren. Presto. Ich glaube, der muss mal ordentlich abkackern. Ja, du. Dann glaube ich auch, du. Ich komme schon, was will ich schon haben für den Tiergeweih. Ja. Weiß ich nicht. Ich habe mir das noch nicht angeguckt. So. Ich hätte in erster Linie eigentlich eher ein... Oh, was ist denn das? Ein Rentiergeweih. Was ist das hier? Die Dinger mag ich nicht. Na da. Bermuda-Hosen. Geweih. Ein Froschhut. Nee, den mag ich nicht. Ein Schokolimetteneis am Stiel. Der natürlich auch was feines. Hinter dir. Eine Glückskiste. Was ist hinter mir? Hallo? Oh, nee, ich habe schon aufgesammelt. Ja, hier, da, da, hier. Nein, hier, da. Ja, genau. Oh, ein Rett, ich habe. Dankeschön. Schau, schau. Schießt, die Glückskiste noch ein Eis. Oh. Oh. Schneller rennen. Okay. Ich habe hier irgendwo eine Biene. Hinter dir. Eine Bienenkönigin. Direkt hinter dir. Ich habe nichts dabei zu fangen. So penetrant ins Ohr, ne. Habe ich den gebratenen Reich mit Ei schon? Ja, ich habe dir das zugeworfen. So? Ja. Braten Reich mit Ei. Entschuldigung, habe ich wohl... Einprägen. Ich verlasse viele Feine Warn. Ich bin Presto. Ab und zu presche ich mir einen raus. Genau diese. Okay, hat Emilia noch etwas zu sagen? Hallo, Chester, wie geht es dir so? Wir sollten uns mal über den Ausbau meiner Partie... Nein, nein, da wird nichts ausgebaut. Die ist okay, so wie sie ist. Hier warten ein paar Bestellungen darauf, erledigt zu werden. Blaupausen. Das sollte das gleiche reichen. Willst du auch mal von mir? Emilia, komm. Emilia, Quatsch mit mir. Ey. Was ist dagegen, wenn du mir mal Tiere süßen für Regionen verpasst? Ah, warum? Hm. Also von mir will sie nichts. Na, hast du ein Glück? Hast du ein Glück? Hast du eigentlich deine Eise schon geleckt, oder? Ich habe ein Eis geleckt, aber ich habe noch. Also, wie nach einem lilanes Eis. Ah, das bedingt nichts. So, das ist ja... Oh, schön. Das ist Schokoeis. Ich habe mir Bermuda-Hosen mitgenommen. Oh. Das ist schön. So. Ja, die Bussenwanden. Hier. Ich habe mal was geshoppt. Oh, du bist shoppen gewesen. Mhm. Jetzt packe ich mal noch meinen Scheiß aus dem Inventar. Ich habe nicht noch Lack. Da zieht es mich hässlich aus. Oh Gott. So, dann habe ich das hier noch. Und Gurkensamen habe ich bekommen von Farmfan. Ich glaube, die weiß, wie sie dich glücklich machen kann. Du hast sie aber gekriegt, die Gurkensamen, nicht ich. Also, da würde ich mir jetzt eher Gedanken machen an deiner Stelle. Ja, ich habe sie bekommen, weil sie weiß, dass ich die mal für dich anbaue. Oh. Mhm. Ja. Reicht aber erst mal die eine Gurke, die wir da haben. Okay. Gut. Die füllt mich schon zu genüge aus. Ja, es ist eigentlich schon wieder Schlafenszeit. Ja, so ein bisschen. Weißt du, was ich noch mache? Nee, was denn? Ähm, dieses andere Werkzeug. Und die, und die. Ja, dieses blöde, ähm, Pflasterstein, Postschalter, Ranch. Wo war denn das? Gehärtete Spitzhacke. Gehärtete Parkspitzhacke. Habe ich nur genügend Nägel? Genau nur acht Nägel. Jetzt warte mal. Montieren. Blauer Kristall. Oh, das ist teuer. Ja. Edles Bauholz. Und Sternenteile. Okay. So. Werkzeuggriff. Ja, ich glaube, den brauche ich bei jedem Werkzeug. Ich bin mir nicht sicher. So. Ich kann ja ein, du, das weiß ich nicht. Komm mal her. Ich komme, ich komme. Wo bist du denn? Ja, wo bin ich wohl? In der Werkstatt. Ja. Und ich bin da. Uh, ein Griff. So, jetzt pass auf. Jetzt brauchen wir, scheiße, wir brauchen noch Nägel. Äh, wie viele? Ähm. Äh, Nägel, kauf einfach mal 10, 20. Äh, okay, 10, 20. Nein, nicht 10, 20. 10 bis 20. Sag das doch. Äh. Okay, warte, pass auf. Die waren nicht bei Live, die waren drüben bei, bei Dingsbums, ne? Die Nägel. Spitzhacke, Monti, warte mal. Spitzhacke, zweimal, oh Gott, ich hätte zweimal Werkzeug gehabt. Ähm, Nägel waren bei Alisa. Mhm. Bin schon da. Äh, unten nagelt mir gerade ein paar. Okay. Da habe ich jetzt noch. So, dann, ähm. Oh, ein Sternteil. Spitzhacke und Nägel brauche ich jetzt noch. Die Nägel kommen gerade. Ja. Ja, da kann ich dir ordentlich nageln, du. Ja. Ich meine, das kann ich doch so, davon abgesehen, aber. Okay, hau drauf auf die Werkbank. Ach so. Ähm. So, das ist meine. Also, ein dickes Ding. Jetzt packst du deine, pack deine Spitzhacke hin. Meine Spitzhacke? Und den Werkzeuggriff, genau. Deine Spitzhacke und den Werkzeuggriff noch. Hm. Wo ist meine, meine Hacke? Da ist meine Hacke. Ja. Okay. Uh. Kraft, ne? Hui. Dann nimm. No. Oh, die ist ja blau. Okay, dann haben. Mhm. Dann brauchen wir jetzt noch die. Gehärtete. 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 Härtete. Äh, Axt. Äh, Axt. Axt wäre wichtig. Wie eine Kröne drin. Ähm. Okay, dann brauchen wir jetzt wieder montieren. Blauer Kristall. Sternteil. Edles Bauholz. Eins. Zwei. Drei. Ja. Brauchen wir so viele dafür? Oder willst du jetzt auch noch Schaufel? Ne, Schaufel wahrscheinlich auch noch, oder? Ja, Axt machen wir jetzt. Nägel, Sternteil. Okay, warte mal. Das brauchen wir nicht. Das weiß ich auch nicht. So. Jetzt bist du dran. Wo ich da meine, die Axt war das jetzt, ne? Wo ich da immer hochziehen da noch. Juhu. Rein da. Kraft, ne? Nup. Oh, 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 oh. Das sind jetzt die wichtigsten zwei, die wir jetzt dann fürs Event brauchen. Ich wollte die bloß noch hier in der Folge machen, dass jeder das noch nahe vollziehen kann, wo wir die blauen Werkzeuge haben. Mhm. Ja, ich glaube, das war auch ganz gut. Falls wir dann nämlich wieder was offline machen. Ja, vielleicht machen wir das. Ja, weil zum Insel-Event müssen wir jetzt nicht unbedingt die Leute wieder mitnehmen. Das denke ich auch. Gut. Aha. Was denn? Superkurze Hose. Was? Aha. Nicht wirklich. Etwa nicht? Du. Oh. Du übertreibst das so. Gute Nacht. Wahnsinn. Wahnsinn. Hast du eine? Hast du dich schon fertig? Dass du regardless allerльlich selbst bequ STUDENT, wie ist deine Leben so neu. Das können wir manchmal sehr schnell嗎? Wir sind die Mal. Tschüss.